Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Rot, oder bei Pokémon Random Rot, genau wie ihr es haben wollt. Nennt es so, wie ihr wollt, das wollte ich sagen. Ähm, ja, wie geht's eigentlich meinem... Ein Mogelbaum, das wäre natürlich interessant. Ich mag Mogelbaum. Was nun? Wow! Elektros, das sieht cool aus. Ähm, du wärst bestimmt mit dem Aurora-Strahl nicht besiegt, oder? Nie. Das sieht doch schon sehr gut aus. Ich denke, ich fange mir das. Jetzt würde ich es noch gerne paralysieren, falls das geht. Ähm, wow, lass das. Donnerwelle! Hat keinen Effekt. Okay. Shit, 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 shit. Grog. Nicht, dass irgendwie noch was Böses passiert. Ist das Walzer, was du da einsetzt? Nee, kann nicht sein. So, los, Pokéball! Na, verfehlt. Ja, super. Ah, ist verwehrt. Und verletzt dich selber. Sehr schön. Kann ich es mir? Ja, vielleicht. Scheiße. Triff dich selber. Danke. So, letzter Versuch hoffentlich. Und? Fuck, es bleibt nicht drin. Ah, fuck. Okay, das war jetzt für mein Team alles andere als gut. Scheiße. Aber jetzt habe ich gesehen, was ich mir hier drin eventuell fangen möchte. Ein Blinfer. Dickes, kleines Blinfer. Aber bevor ich jetzt hier noch auf die Suche gehe nach einem Pokémon, das ich mir erholen möchte. Wow. Besiegen wir ein Galagladi? Ja, weil ich muss jetzt hier gerade ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier was passiert. Ich denke, ich sollte Bambi mal heilen. Äh, hier sind meine Tränke. Und noch einen. So. So spielen wir mal weiter. Kriege ich jetzt hier oben bald mal ein Fossil? Ja, ich denke von dem Kerl da. Nidorina. Ja, da oben sind zwei Fossile. Ist das auch random? Das wäre echt geil. Äh, dä, dä, dä. Nochmal ein Galagladi. Kriegen wir klein. Was kommt? Ah. Kätzchen. Kriegen wir auch klein. Wespen. Nidor. Ah, wieder das Vieh. So, hat auch geklappt. Okay, möchte ich das Helix Fossil oder möchte ich das Dom Fossil? Ich nehme das Helix Fossil. So. Bla, 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 bla. Ist bestimmt eh random, was da rauskommt. Und deswegen spielt das eigentlich keine Rolle. Ähm, shit. Ich möchte mir aber doch noch was fangen hier drin. Ganz im Ernst. Ich möchte mir echt was fangen. Ein Gardevoir. Ein Gardevoir. Ja, warum auch nicht? Warum, liebe Spiel, hole ich mir kein Gardevoir? Aber gerne doch. Shit, wie schade ich dem Vieh jetzt. Funktioniert Aurora Strahl? Ja, funktioniert sogar sehr gut. Okay, dann shit. Dann heile ich zuerst mal Drache. Hm, so. Ich glaube, die Pokémon hier können noch, beziehungsweise, so wie... Oh, es ist geflohen. Scheiße. Nee, so wie ich das jetzt hier spiele, gibt es noch keinen Typ Vieh. Auf jeden Fall habe ich das so eingestellt. Deswegen muss ich mir endlich keine Sorgen machen. Hallo, kleines Vieh. Nochmal dieses Vieh. Haben wir auch schon gesehen. Aber ich hätte gern dieses, dieses... Oh, nervt nicht. Dieses Elektro-Wasservieh. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Aber das kommt jetzt bestimmt nicht mehr, oder? Kommt das nur in ein bestimmtes Gebiet? Wobei, hier habe ich es doch gesehen. Blindfahrt. In diesem Gebiet habe ich es doch gesehen, oder? Nun, komm schon. Das dicke Ottero. Ist süß. Ah, komm. Ah, komm. Ich möchte euch nicht langweilen damit. So, noch drei Pokémon. Noch zwei müsst ihr mit ansehen. Oh, jetzt kämpfe ich auch noch dagegen. So, noch zwei. Ein Mogelbaum. Okay, noch eines. Und dann mache ich kurz Pause und suche es mir. Okay, das ist es auch nicht. Okay, Leute. Bis gleich. So, und da haben wir es. So, wie soll ich das jetzt machen? Ich werde euch die Donnerwelle einsetzen. Ja, jetzt klappt's. Und, Leute, mir fällt gerade was auf. Wow, lass das. Oh, ich dachte, wir hätten zwei. Wir hätten nur noch einen verdammten Pokéball. Das muss irgendwie hinhauen. Ich versuche es mal mit Krok und seiner Aqua-Knarre. Ich denke mal, das dürfte nicht so viel Schaden machen eigentlich. Hallo, warum krittest du? Ähm, Aqua-Knarre. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wow, lass das. Nochmal Aqua-Knarre. Ja, könnte knapp werden. Nee, sieht gut aus. Und what the fuck? Glaube ich, musst du erst noch... Ähm... Krok heilen dir. Ansonsten wird das nix. Verdammt nochmal. Ha! Paralysiert. Okay, Leute. Der letzte Pokéball. Das könnte knapp werden. Dieser Ball muss sitzen. Tatsächlich der letzte Ball. Oh! Oh! Das war jetzt mit Nerven verbunden. Was? Ein brutales Pokémon. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Wir nennen dich... Wir nennen dich... Wir nennen dich Blitz. Blitz. Ne, wir nennen dich Blitzy. So. Blitzy. Wunderbar. Sehen wir uns das Pokémon kurz an? Unser Blitzy. Blitzy. Was ist Thrash? Was ist das? Prügler oder so? Könnte ich mir vorstellen. Nun gut. Nun gut. Wir haben hier unser Pokémon gefangen. Das werde ich dann auch noch aufs ungefähr gleiche Level bringen wie unser anderen Teammitglieder. Dann ist alles gut. So. Ist hier irgendjemand, der kämpfen möchte? Ganz bestimmt, oder? Ganz bestimmt. Aber erstmal... Noch eine TM. Was soll ich mit diesen ganzen TMs? Bald habe ich wieder keinen Platz mehr. Blizzard! Oh mein Gott. Da oben will jemand campen. Aber da komme ich jetzt nicht hin, oder? Ne, da komme ich so nicht hin. Aber ich könnte mir hier was fangen. Galapavloss. Na? Duflor. Auch uninteressant. Oh, hier gäbe es einen Ramoth. Ramoth ist das schon extrem geiles Pokémon. Nochmal eines. Ja, vielleicht gibt es hier noch was anderes. Sieht aber nicht so aus. Doch. Du hier. Oh, Kangama wäre auch cool. Hm. Ja, ich muss eh das Pokémon wechseln, wenn ich es mir denn fangen will. Ähm. So, ich versuche es mal mit Maut. Ich wette, sobald ich mir so ein Vieh gefangen habe, kommt ein ultra geiles Pokémon. Aha. Quappo. Quappo. Auch nicht zu verachten. Aber Ramoth ist dann doch ein bisschen... Ah, okay. Ich wollte schon sagen, was bist du? Ne, Ramoth ist dann schon irgendwie cooler. Du, Flora. Los, vernicht das. Ja, dich hat mir auch schon gesehen. Ramoth, komm. Warum kommt jetzt kein Ramoth mehr? Da haben wir es doch. Auf Level 6. Wie soll ich das machen? Hm. Mit Blitzi am besten. Ja, mit allem anderen besiege ich dich ohne Probleme, ja. Halt! Tue ich nicht. Aber ich habe... Ich habe vergessen, ich habe keine Bälle mehr. Scheiße. Gut, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Aber ich komme ja hier jederzeit wieder durch. Deswegen werden wir uns definitiv so ein Vieh holen gehen. So, was bist du? Äh, hast du schon mit Bill geredet? Bla, bla, blups. Und vorsichtig sein. Hier gibt es ja wieder irgendwo einen Rivalenkampf. Nicht wahr? So, ich würde gerne Pokébälle kaufen. So viel wie geht. Hm. 20 Stück. Perfekt. So. Und einen Ramoth holen wir uns jetzt. Defendant holen wir uns einen Ramoth. Aber ich möchte... Moment mal. Ah, komm, für was auch. Wir bleiben so wie wir sind. Falsche Attacke. Level 18 schon. Shit, jetzt werde ich es bestimmt nur anhitten. Dich hauen wir auch weg. Äh, dich wollen wir nicht. Hangama, du wärst wie gesagt auch sehr cool. Aber nein. Da haben wir es. Ramoth. Was habe ich jetzt? Konfusion eingesetzt. Oder Psystrahl? Ich weiss es gar nicht. Egal. Das passt auf jeden Fall definitiv sehr gut. Shit. Versuchen wir jetzt mal ein Pokéball zu werfen. Äh, was macht das so weit unten? Ich würde das gerne nach oben nehmen. Und zwar hier hin. So. Los. Nicht getroffen. Shit. Äh, uncool. Dann würde ich es gerne noch paralysieren. Äh, Drache kann das. Genau. Donnerwelle. So. Ja, jetzt heilt es sich wieder hoch. Und das ist uncool. Ja. Nein. Nochmal. Komm. Sonst muss ich ihm mehr Schaden machen. Nein. Nein. Leck mich doch. Äh, Blitzi. Was kannst du denn? Mal sehen, was das macht. Oder wie viel Schaden, besser gesagt. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Will so ein Vieh haben. Will echt so ein Vieh haben. Ja, und dann müssen wir noch zur Arena. Ich weiss, aber in diesem Part möchte ich jetzt definitiv so ein Vieh mir aneignen. Oh, hallo, Nidoran. Süß. Äh, Leute, wir sehen uns, wenn ich eins habe. Also bis gleich. So, da wäre wieder eines. Erstmal Donnerwelle. So. Du kannst schon mal Glut, das ist interessant. Okay, wir versuchen den Wickler. Was heisst Wickler? Den Wickel. Ähm, ja, nochmal. Genau aufpassen. Wow. Und noch einmal. Oder? Geht noch einmal. Ja, perfekt. So. Pokéball. Mehr schwächen kann ich jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Na, ja, super. Super, super, super. Bla, 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 bla. Super. Okay, ein Spitznamen. Du bist jetzt. Du bist jetzt, du bist jetzt. Du fliegst und du brennst. Und du bist, du bist, du bist, du bist, du bist. Ähm, weiss ich doch nicht. Du bist. Na, komm schon. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Fuck. Feuerback. Feuerback. Ja, super Name. Schön gemischt mit Deutsch und Englisch, ne? Feuerback. So. Okay, 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 okay. Dann gehen wir uns heilen. Kann ich jetzt schon in die Arena? Ne, ich denke, ich möchte zuerst zu Bill gehen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten und deswegen holen wir uns jetzt noch den Rivalen. Ich denke, Krog wird die erste Stelle übernehmen, weil es ist im Moment das Stärkste. Und sein Move, äh, Pool ist auch sehr cool im Moment. So, den Rivalen, diesen dicken Typen da, macht mir jetzt noch Platz. Was hast du denn? Boah, du hast bereits ein Phenexis. Ja, okay, das ist ein fairer Kampf, würde ich sagen. Phenexis gegen Imperator. Wow, zu wenig Schaden. Was ist denn los? So, Level 22. Chimcha. Ist das, äh, dieser Feueraffe? Ja. Wie scheiße siehst du denn aus? Äh, Elektri, Elektri-Dingsi. Ähm, Maut. Ah, die Vorstufe von unserem Vieh. Sehr cool. Äh, ich würde mal sagen, das macht mir mit Schaufler. Hat nicht ganz gewirkt, okay. Ah, shit. Schlitzer. Nein, komm schon, Schlitzer. Ja, gut. Ein C-Krom, da bleiben wir auch drin. Warum hat der Idiot ein C-Krom? Das gibt's doch nicht. Ich will auch ein C-Krom haben. Oh, da, Fug. Warum macht das viermal Volltreffen mit seinem scheiß Tackle? Ah, okay. Noch einmal treffen und dann haben wir auch C-Krom besiegt. Oh, Gott sei Dank. Level 19. Und wir haben's. Klasse. Äh, blablabla, 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 blablabla. Ich geh zu Bill und ich hab's eine Pokémon gesehen. Ja, na, 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 na. Ja, ja, ja. Leck mich. Leck mich, leck mich. So, blablabla, blablabla, kurz heilen. Und gut ist's. So. Wisst ihr was? Wir machen kurz die Nuggetbrücke auch noch. Weil dann kann ich dann da oben ein bisschen trainieren. Was ist mit dir, Giovanni? Die Leute, ihr wollt bestohlen. Blablabla, blablabla. Und das sagt uns Giovanni. Auch nicht schlecht. Ähm. Drache an erster Stelle. So. Und Nummer 1 bekämpfen. Schon wieder, Sunfi. Ja, kommt das gut, kommt das gut, kommt das gut. Das kommt sehr gut. Level 19. Was bist du? Oh, eine fette, böse Katze. Krieg mir so klein. Ja, ja, ja. Und... Ah, shit! Ja, ja. Mauts mich nur an. Ist schon in Ordnung. Komm schon. Ja, jetzt. Okay, es war gut knapp. Deswegen wechseln wir jetzt aus. Dann macht das Mauts. So, Nummer 2. Mit dem Garry Sprite. Oh, Deoxys. Hallo, Deoxys. Machst du da, Deoxys. Außer kaputt gehen. Du siehst auch irgendwie ein bisschen... Ne? Bisschen komisch aus. Psystrahl. So, auch kaputt. Und auch den hätten wir besiegt. Dann Nummer 3. Machen wir auch gleich noch. Ein Xerneas. Psystrahl. Wow. Es war nicht so geplant. Krok, mach du das bitte. Krok. Äh, ah, Quacknarre. Nochmal bitte. Danke. Oh, nix. Bleiben wir natürlich drin. Kecleon. Oh, wow. Hallo, Kecleon. Biss. Nochmal bis. Und nochmal bis. So. Ähm. Ah, ich hab euch versprochen. Wir machen das Ganze noch. Und deswegen... Machen wir es auch wirklich. Dauert der Partner ein bisschen länger. Aber ist... Was bist du? Ach so, ein... Ein... Wie, Schnurdingens hier. Hab ich es beide nicht erkannt. Und dann noch du hier. Du süßes kleines Vieh. Mach sonst auch nichts weiter. So, du bist Nummer 5. Der Gentleman mit diesem hässlichen Vieh hier. Auch das... Hat was gegen Kälte scheinbar. Und das letzte... Dingens hier. Ja, 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 ja. Ich will nicht Team Rocket beitreten. Doch, eigentlich schon. Aber naja. Galarladi. Äh. Danke. Level 22 für Bambi. Und dann haben wir noch... Noch so ein Vieh. Haben wir auch schon gesehen. Bam. Klasse, 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 klasse. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.